Die nächste Most Wanted Aufgabe lautet, bleibe sekundenlang in der Luft, während du ein Geländemotorrad fährst. Das müsst ihr 30 mal machen, also 30 Sekunden wahrscheinlich. Landet zum Beispiel hier bei diesem Orientierungspunkt, sammelt jetzt ein paar Materialien, baut danach aus Stein, Sonne, Wand, editiert sie genauso wie ich. Ihr könnt dann hier zwei Bodenplatten platzieren und ein Kohn aus Holz. Schnappt euch jetzt das Motorrad, fahrt hier an die Wand hin, drückt die Sprung-Taste, fahrt jetzt rückwärts, also schiebt das Motorrad zurück, zerstört jetzt den Kohn, betätigt jetzt die Stunt-Taste, also wenn ihr Playstation-Spieler seid, dann wäre das der Kreis. Und wie ihr hier seht, werden da die Sekunden bereits gezählt. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und dann haltet die Taste für den Stunt weiterhin gedrückt, bis ihr da 30 Sekunden habt. 29, 30, jetzt könnt ihr die Taste loslassen und fahrt jetzt vorsichtig nach unten und schon müsstet ihr die Aufgabe erledigt haben. 8, 9, 1, 5, 6, 8 – 7, 5, 6, 7, 9, 1, 5, 6, 7, 7, 8.